Herzlich Willkommen Herzlich Willkommen hier im Brenners Park Hotel und zum heutigen Salon des Theater Baden-Baden im Monat November. Mein Name ist Tobias Graupner und ich möchte mit Ihnen heute gemeinsam einen der wichtigsten deutschen Schriftsteller huldigen, der mit dem morgigen Tage seinen 150. Geburtstag begehen würde, demnach auch im gleichen Jahr geboren ist, wie unser schönes Theater hier in Baden-Baden eröffnet wurde. Ich spreche von Gerhard Hauptmann. Hauptmann war Zeit seines Lebens oft Stammgast hier im Brenners Park Hotel und ich möchte Ihnen nun heute eine seiner weniger bekannten Novellen vortragen mit dem Titel Fasching. Segelmacher Kielblock war seit einem Jahr verheiratet. Er besaß ein hübsches Eigentum am See. Häuschen, Hof, Garten und etwas Land. Im Stall stand eine Kuh, auf dem Hofe tummelten sich gackende Hühner und schnatternde Gänse. Drei fette Schweine standen im Koben, die im Laufe des Jahres geschlachtet werden sollten. Kielblock war älter als seine Frau, aber trotzdem nicht minder lebenslustig als diese. Er sowohl wie sie liebten die Tanzböden nach wie vor der Hochzeit und Kielblock pflegte zu sagen, der ist ein Narr, der in die Ehe geht wie in ein Kloster. Bei uns sieht das lustige Leben jetzt erst recht an. Und wirklich, sechs Wochen ausgenommen war das erste Ehejahr der beiden Leute gleichsam ein einziger Festtag gewesen. Die sechs Wochen aber hatten nur wenig an ihrer Lebensweise ändern können. Der kleine Schreihals, welchen sie gebracht, wurde der Großmutter überlassen und Heidi ging's hinaus, so oft der Wind eine Walzermelodie herübertrug und in die Fenster des abseits gelegenen Häuschens hineinklingen ließ. Musste die Großmutter, was oft vorkam, das Bett hüten, so wurde das kleine Balk eben mitgenommen. Man machte ihm dann im Tanzsaal, so gut es gehen wollte, ein Lager zurecht. Und in der Tat schlief das arme Würmchen auf diese Art gebettet inmitten einer Atmosphäre von Schnaps und Bierdunst, Staub und Zigarrenrauch oft die ganze Nacht. Wunderten sich die Anwesenden darüber, so hatte der Segelmacher immer die eine Erklärung bereit. Es ist eben der Sohn von Papa und Mama Kielblock, verstanden? Sommer und Herbst waren verstrichen. Eines schönen Morgens, als der Segelmacher nach einer guten Nacht unter seiner Haustüre trat, war die Gegend in einen Schneemantel gehüllt. Der Segelmacher schmunzelte in sich hinein. Der Winter war seine liebste Jahreszeit. Aus einer kurzen Pfeife qualmend, schritt er die Böschung hinunter bis an den Rand des Sees und tippte mit dem Fuß auf das Eis. Es zerbrach, wieder erwartend beim leisesten Drucke. Und der Segelmacher hätte, obgleich er das Experiment mit aller Vorsicht ausgeführt, doch beinahe das Gleichgewicht verloren. Derbfluchend zog er sich zurück. Ein Fischer, der ihn beobachtet hatte, rief ihm zu. Wollt ihr Schlittschuhlofen, Segelmacher? In acht Tagen, warum nicht? Dann will ich mich bald in neues Netze kaufen. Warum denn? Damit ich dir wieder rausfischen kann, denn Rind fällst du sicher. Kielblock lachte behaglich. Eben wollte er etwas erwidern, als die Stimme seiner Frau ihn zum Frühstück rief. Es kam die Faschingszeit. Man hatte Pfannkuchen gebacken und war in sehr vergnügter Stimmung. Eines Teils, weil es Sonnabend war, hauptsächlich aber, weil man an diesem Tage einen Maskenwall besuchen wollte, der im Dorf stattfand. Je näher der Abend kam, umso ausgelassener wurde man und belustigte sich schon vor dem Fest mit allerhand Scherzen und Tollheiten. Endlich war man angezogen. Er, ein Halsabschneider, sie, eine Gärtnerin. Auch diesmal musste Gustavchen leider wieder mitgenommen werden. Die Großmutter hatte in letzter Zeit einen Schlaganfall gehabt, weshalb man ihr nicht die geringste Arbeit aufbürden durfte. Man stellt der Alten ein wenig Essen neben die brennende Lampe aufs Fensterbrett und so konnte man sie bis zum nächsten Morgen getrost ihrem Schicksal überlassen. Als Kielblocks den Wallsaal betraten, wurden sie mit einer Fanfare begrüßt. Der Segelmacher war außerordentlich zufrieden mit der Wirkung seiner Maske. Er belustigte sich drei Stunden lang damit, ganze Herden maskierter Frauen und Mädchen wie der Wolf die Lämmer vor sich her zu treiben. Hey, ihr Vater Halsabschneider, rief ihm jemand zu. Siehst ja aus wie dreimal gehängt und wieder losgeschnitten. Ein anderer riet, er solle doch einen Schnaps trinken, damit ihm besser würde, denn Schnaps sei gut für Cholera. Die Mahnung betreffend des Schnapses war überflüssig, denn Schnaps hatte der Gehängte bereits in großen Mengen zu sich durchgenommen. In seinem Totenschädel rumorte davon ein zweiter Maskenball, der den Wirklichen noch übertollte. Um zwölf nahm man die Masken ab. Jetzt stürmten die Freunde Kielblocks von allen Seiten auf ihn ein, beteuernd, dass sie ihn wahrhaftig nicht erkannt hätten. Der Segelmacher, natürlich, der Segelmacher, lief es von Mund zu Mund und dieser fühlte sich, wie so oft schon, auch heute als Held des Abends. Im Nu wirbelte alles durcheinander. Kielblock tanzte wie rasend. Er stampfte mit dem Fuße und johlte, dass es die Musik übertobte. Da sind wir dabei, Daddy ist prima. Trinkt, Brüderchen, trinkt! Will ich keinen Kinderbankrott machen? Ich hab eine Frau, eine sehr, sehr schwere Frau. Na, Leute, Kinder, jetzt seh mal nicht nach Hause. Jetzt gerade nicht, da es Tag wird. Gegen Mittag des folgenden Tages trat man bedeutend herabgestimmt den Heimweg an. Zwei Uhr war es, als Kielblocks vor ihrem Häuschen standen, ein wenig müde und abgespannt, keineswegs jedoch übersättigt. Der Segelmacher hatte den Schlüssel zur Haustür bereits ins Schloss gesteckt. Da fiel sein Blick auf den See, der wie ein ungeheurer Spiegel von Schlittschuhläufern und Stuhlschlitten belebt in der Sonne funkelte. »Mariechen«, fragte er, »wie wär's, wenn wir noch ne Tour machten? Nach Stäben rüber, zu deiner Schwester, nicht? Ach, sich jetzt am Mittag aufs Ohr zu hauen, das wär doch sündhaft.« Die junge Frau war zu müde, sie beteuerte, nicht mehr laufen zu können. »Dit schadet auch nicht«, erwiderte er. Und ehe Mariechen Zeit hatte, weitere Bedenken zu äußern, saß sie, Gustavchen, auf dem Schoß haltend im Stuhlschlitten und sauste von den kräftigen Armen ihres Mannes geschoben über die blitzende Eisfläche. Die Verwandten, welche ein Gasthaus in Stäben besaßen, freuten sich über den Besuch der Eheleute, zumal da bereits eine Anzahl anderer guter Freunde versammelt war. Man nahm sie gut auf, brachte Kaffee, Pfannkuchen und später auch Spirituosen. Zuletzt machten die Männer ein Spielchen, während die Frauen die Tageschronik durchnahmen. Außer dem Verwandtenkreis waren noch einige Stadtleute in dem Gastzimmer anwesend. Sie brachen jedoch eiligst auf, als es zu dunkeln begann. Furchtsame Stadtraten, flüsterte Kielblock seinem Schwager zu, nötigte ihn zum Trinken und leerte selbst sein Glas zur Hälfte. Kielblock hatte so viel gewonnen, dass er in bester Laune der Überzeugung Ausdruck gab, den ganzen verlorenen Maskenball wieder in seiner Tasche zu haben. Ohne weitere Einwände fügte er sich deshalb auch den Bitten seiner Frau nun doch endlich aufzubrechen. Senkrecht über der bläulichen Eisfläche stand der Vollmond. Die Luft stach wie mit Nadeln. Kielblock kam es vor, als ritze man die Haut seines Gesichtes und seiner Hände mit Glaserdiamanten. In zehn Minuten sind wir drüben, versicherte er, den Stuhlschlitten mit einem kräftigen Ruck in Bewegung setzend. Spielend schoss das Gefährt in die Eisfläche. In gerader Linie auf dem gelben Lichtschein zu, welcher jenseits des Sees aus einem Fenster des Kielblockschen Häuschens fiel. Es war die Lampe der Großmutter, welche den Segelmacher schon oft, auch in mondlosen Nächten, sicher geleitet hatte. Der Segelmacher schien unverwüstlich. Er machte allerhand Mätzchen, ließ den Schlitten im wildesten Lauf aus den Händen gleiten und schleuderte ihn wiederholt aus Mutwillen dermaßen, dass seine Frau laut aufkreischte. Immer klarer und klarer wurden die Umrisse des Häuschens. Schon erkannte man die einzelnen Fenster desselben. Schon unterschied man die Großmutter in dem Lichtschein der Lampe, als es plötzlich dunkel wurde. Kielblock wandte sich erschreckt und gewahrte eine ungeheure Wolkenwand, welche unbemerkt ihm im Rücken heraufgezogen war und die soeben den runden Vollmond eingeschluckt hatte. Nur aber schnell, sagte er und stieß das Gefährt mit verdoppelter Geschwindigkeit vor sich her über das Eis. Die junge Frau saß zusammengebogen und hielt das Kleine krampfhaft an sich gepresst. Sie sprach kein Wort, sie rührte sich nicht. Sie hatte nur den einen Wunsch, am Ziel zu sein. Unterdessen war es so schwarz geworden, dass Kielblock sein Weib, diese ihr Kind nicht mehr sah. Dabei rumorte der See unter dem Eispanzer unaufhörlich. Die Frau schrie auf. Eben wollte er fragen, ob sie verrückt geworden sei. Da bemerkte er etwas, das ihm den Laut in die Kehle zurücktrieb. Der einzige Lichtpunkt, welcher ihn bisher geleitet, bewegte sich. Wurde blasser und blasser. Zuckte auf, flackerte und verschwand schließlich ganz. Um Jottes Willen, was fällt denn Muttern ein? stieß er unwillkürlich hervor und jach wie ein Blitzstrahl durchfuhr sein Gehirn das Bewusstsein einer wirklichen Gefahr. Noch glaubte er indes die Richtung genau zu wissen, in welcher das Licht erloschen war und fuhr pfeilgeschwind darauf zu. Es vergingen einige Minuten. Endlich glaubte man, Hunde gebellt zu hören. Kielblock atmete erleichtert auf, da ein verzweifeltes Schrei. Ein Ruck. Die Funken stoben unter seinen Stahlschuhen hervor. Mit fast übermenschlicher Kraft riss er den Schlitten herum und hielt an. Der rechte Arm seiner Frau umklammerte zitternd und krampfhaft den Seinen. Was in aller Welt ist denn los, Menschens Kind? Dort, dort, stieß sie hervor. Ich hab sie gehört, ganz deutlich. Wasser, Wasser, das offene Wasser. Er lauschte gespannt. Ich hör nichts. Ich hab sie sehen, wahrhaftig. Ich hab sie sehen. Ganz deutlich, dicht vor mir. Wahrhaftig. Kielblock versuchte, die dicke Luft mit den Blicken zu durchbohren. Vergebens. Ich seh nichts. Aber es riecht doch wie Wasser. Er erklärte, sie habe geträumt und wollte langsam weiterfahren. Aber seine Frau stemmte sich dagegen mit allen Kräften der Todesangst. Sie gebärdete sich wie eine Wahnsinnige. Es bricht! Es bricht! Nun riss ihm die Geduld. Er schalt seine Frau. Sie sei schuld mit ihrem verfluchten Geheul, wenn er samt ihr und dem Kind ersöffe. Sie solle das Maul halten oder er ließe sie, so wahr er Kielblock heiße, allein mitten auf dem See stehen und führe davon. Vergebens suchte er die furchtbare Angst zu bemeistern, welche auch ihn mehr und mehr zu beherrschen begann. Gaukeleien erfüllten sein Hirn. Er zitterte, röchelte Stoßgebete. Sollte es denn wirklich und wahrhaftig zu Ende gehen? Heute rot, morgen tot? Kaltes Entsetzen fasste ihn. Er wendete den Schlitten. Er nahm einen Anlauf mit letzter, gewaltiger Kraftanstrengung. Rettung um jeden Preis und nun ein klatschendes Geräusch. Ein Spritzen, Schäumen und Prickeln aufgestörter Wassermassen. Ihm verging das Bewusstsein. Einen Augenblick und er wusste, dass er geradewegs in die offene Stelle des Sees hineingefahren sei. Seine kräftigen Glieder durchwühlten das schwarze Wasser. Er stampfte die eiskalte Flut mit übermenschlicher Kraft, bis er fühlte, dass er wieder atmen konnte. Ein Schrei entrang sich seiner Brust. Weithin gellend, ein Zweiter, ein Dritter. Ihm grauste vor dem Laut der eigenen Kehle, aber er schrie. Er brüllte wie ein Tier. Hilfe! Hilft uns, wir trinken! Hilfe! Hinter sich vernahm er ein Brodeln und Gären der Wasser. Blasen stiegen. Er fühlte, wie ein etwas sich von unten her um ihn klammerte. Erst griff es seinen Fuß. Nun umschnürte es seine Beine. Bis zum Herzen kam es herauf. Sein Blick verglaste. Seine Hände glitten ab. Ein Gewirr von Bildern und Gedanken. Dann der Tod. Man hatte im Dorf den Hilferuf vernommen. Arbeiter und Fischer sammelten sich auf der Unglücksstätte. Nach Verlauf einer Stunde zog man die Leiche eines Kindes aufs Eis. Man schloss aus dem Alter desselben, dass noch ein Erwachsener ertrunken sein müsste. Als weitere Nachforschungen erfolglos blieben, meinte ein Fischermann solle Netze auslegen. In Netzen fing man denn auch gegen drei Uhr morgens die Leichen des jungen Ehepaares. Da lag nun der lustige Segelmacher mit verzerrtem, gedunsenem Gesicht, mit gebrochenen Augen die Tücke des Himmels anklagend. Seine Kleider trieften, aus seinen Taschen flossen schwarze Wasserlachen. Die drei Leichen wurden erkannt und nach dem Kielblockschen Hause geschafft. Man fand die Tür desselben verschlossen. Ein Fischer stieg durch das Fenster in die finstere Wohnstube. Sie war leer. Mit seinen Wasserstiefeln ein lautes Geräusch machend schritt er quer hindurch und gelangte an eine kleine Tür, die er ohne weiteres aufstieß. Ein Laut der Verwunderung entfuhr ihm. Inmitten eines fensterlosen Alkovens saß eine steinalte Frau. Sie war eingenickt. Über ihren fast kahlen Scheitel warf das spärliche Flämmchen der herabgebrannten Lampe ein dunstiges, falbes Licht. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.